Lieber Abonnent, mein Kanal ist ja eigentlich in Wahrheit schon fast 10 Jahre alt, nur ich muss zugeben, ich habe ihn neuneinhalb Jahre nicht wirklich gepflegt und ich habe mich dann im Herbst des letzten Jahres, also im Herbst 2018 entschieden, dass ich ordentliche Filme reinstellen will auf meinem YouTube-Kanal. Ich habe begonnen, sie ein wenig zu schneiden und ein bisschen ein System hineinzubringen und was mich sehr freut ist, dass das natürlich sehr gut angekommen ist und ich habe letzte Woche die 1000-Abonnenten-Grenze überschritten und das macht mich sehr, sehr stolz und bin sehr, sehr froh darüber, weil jeder, der YouTube-Videos macht bzw. ein YouTube-Creator ist, weiß, dass die ersten 1000 Abonnenten wahnsinnig schwierig sind zu bekommen und dass man schon wirklich viel Arbeit investieren muss, damit das passiert. Wie gesagt, das ist letzte Woche passiert und seitdem habe ich ja schon wieder ein paar Hundert dazu bekommen und ich bedanke mich bei dir, dass du mich abonniert hast, dass du meine Videos anschaust, likest und eventuell auch teilst. Das hilft mir immer sehr, dass der Kanal weiter wächst. Ich bräuchte jetzt noch einmal deine Hilfe und zwar, ich bin immer nach der Suche nach Themen, die dich interessieren, vielleicht Themen, an die ich noch gar nicht gedacht habe und vielleicht möchtest du unten in der Kommentarsektion hineinschreiben, was dir vielleicht besonders gefällt bzw. ob du irgendwelche Wünsche hast, worüber ich ein Video machen soll. Ich bedanke mich bei dir noch einmal und ich hoffe, dass wir dann bald bei 10.000 sind. Also Tschüss! 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 Tschüss!